Hey und Willkommen, ich bin der Bergmann und ich soll jetzt hier euch einmal 7 Lügen und eine Wahrheit nennen und wir fangen direkt an. Nummer 1, ich war mal Torero-Kämpfer. Nummer 2, ich habe ein Glasauge, das ich bei einem dieser Torero-Kämpfe verloren habe. Nummer 3, ich habe mal 2000 Euro für ein Ghostbusters Pack ausgegeben, das es dann übrigens im Keller verschimmelt ist. 4, Michael Bay ist mein bester Freund. 5, ich habe einen Spillingsbruder. Nummer 6, ich war mal in den 80er Jahren in seiner Retro-Band. 7, ich trage privat immer ein Han Solo-Kostüm zu Hause, aber aus Imperium schlägt zurück. Und 8, mein zweiter Vorname ist Gonzales. Ganz schön schwierig, oder? Wenn ihr die Wahrheit wisst, dann schreibt sie jetzt unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne Bewertungen an. Tschüss!